Alhamdulillah, Allah'a lupke wird Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir heute zusammengekommen sind. Eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, weil diese Sitzungen, mein Lieblingschussam Islam, sind Sitzungen der Herzen. Sind Sitzungen, wo die Herzen gereinigt werden. Sitzungen, wo man sich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen in unserer Zeit und in unserer Lage, da wir in dieser Zeit und dieser Lage sehr, sehr oft Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Und der Mensch auf Arabisch, Al-Insan, sumien Insano, Insana ni kathrati Nisyanihin. Der Mensch auf Arabisch wurde Al-Insan genannt und Al-Insan kommt vom Wort Nisyan, vergessen. Das heißt, der Mensch vergisst sehr viel und sehr oft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. An ihn erinnert, dass man sich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Und dazu sind diese Sitzungskreise hier. Diese Sitzungskreise sind dafür da, damit wir uns Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Erwähne und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Die Erinnerung an Allah hilft den Gläubigen, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu widmen. Und es hilft den Gläubigen, an Allah zu denken. Und es hilft den Gläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala mehr zu lieben. Das ist die Erwähnung, der Zikr. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gab ein Gleichnis. Er sagte, Er sagt, das Gleichnis zwischen denjenigen, der Allah erwähnt, und demjenigen, der Allah nicht erwähnt, ist wie das Gleichnis von einem Lebendigen und einem Toten. Aber welches Lebendigsein meint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier? Er meint das Lebendigsein vom Herzen. Das heißt, der Lebendige mit seinem Herzen. Und der Tote mit seinem Herzen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt hiermit, dass derjenige, der Allah erwähnt, lebendig ist von seinem Herzen her. Und wenn sein Herz lebendig ist, dann wird auch sein Körper lebendig sein. Aber der andere, der Allah sallallahu alaihi wa sallam nicht erwähnt, sein Herz ist tot, auch wenn sein Körper lebendig ist. Und das ist die Erwähnung von Allah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in einem langen Hadith erklärte den Sahaba, dass die Erwähnung zu Allah sallallahu alaihi wa sallam eine Spende ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Kullu tasbihatin sadaqah. Jedes Subhanallah sagen, Lob gepriesen ist Allah, zu sagen, ist eine Spende. Oft denken wir, Spende hat etwas mit Geld zu tun. Ja, aber nicht nur. Die Spende kann auch die Erwähnung zu Allah sein, Al-Zikr. Er sagt, Kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmiedan sadaqah. Jedes, alhamdulillah, sagen, Tahmied ist eine Spende. Dass man sagt, Alhamdulillah, Allah lob gepriesen ist Allah. Wa kullu tahleilatin sadaqah. Und jedes La ilaha illallah sagen, ist eine Sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Und jedes Allahu Akbar sagen, Allah ist der Größte, zu sagen, ist eine Spende. Wa amr bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun an al-munkari sadaqah. Und das Gute gebeten ist eine Spende. Und das Schlechte verbieten ist eine Spende. Al-Shahid, worauf ich hinaus will, ist, dass die Erwähnung etwas ist, was mit keinem Geld dieser Welt gekauft werden kann. Es ist die Medizin für das Herz. Die Al-Zikr. Und diese Kreise nennt man Majalis al-Zikr. Die Kreise des Al-Zikr. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel im Koran, er sagt über die Gläubigen, diejenigen, die glauben und dessen Herzen Ruhe finden mit dem Gedenken Allahs. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, die Herzen werden mit keiner anderen Sache Ruhe finden, außer mit dem Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist das Gedenken an Allah die Medizin für das Herz. Es reinigt dein Herz. Es stärkt dein Herz. Es gibt deinem Herzen die Ruhe, die du vielleicht da draußen immer wieder suchst. Oft ist es so, dass wir die Ruhe draußen suchen. Sei es in der Disco, sei es in der Shisha-Bar, sei es bei der Freundin, sei es bei den Freunden, sei es im Schwimmbad, sei es auf der Grillparty, auf der Geburtstagsparty. Überall suchen wir die Ruhe und die Glückseligkeit von außen. Aber vergessen, dass der Ort der Glückseligkeit das Herz ist. Das ist der Ort der Glückseligkeit. Das ist der Ort der Ruhe. Das Herz. Du kannst von außen schön sein, stark sein, gesund sein, Geld haben, Ruhm haben, alles haben. Aber wenn dein Herz nicht intakt ist, wenn dein Herz keine Ruhe hat, dann wirst du niemals in deinem Leben Ruhe finden. Bestes Beispiel sind die Reichen und Sänger und Rapper und Schauspieler, die trotz ihres Ruhmes und ihrer Bekanntheit und ihrem Vermögen sich irgendwann mal das Leben nehmen. Und dann fragt man sich, boah, dieser Mann, der war doch so berühmt, der hatte doch so viele Follower, der hat doch so viele Platten verkauft, der war doch so bekannt, der war doch so krass, der war, ja, war er. Aber vom Herzen her war er eine arme Seele. Vom Herzen war er krank, vom Herzen war er kaputt, selig tot, sagt man. Und deswegen, bevor du die Ruhe und die Glückseligkeit draußen suchst, suche sie in deinem Herzen und du wirst sie finden. Oh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Warum? Weil Allah ist derjenige, der uns erschaffen hat, oder nicht? Sagt es mir. Wer hat uns erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Allah hat uns erschaffen. Weiß er nicht besser Bescheid über das, was uns Glück bringt und über das, was uns kein Glück bringt? Was ist die Antwort? Natürlich. Deswegen, er hat uns erschaffen und er weiß, was für uns Glück bringt und was für uns Unglück bringt. Mit anderen Worten, er hat uns so erschaffen, mit zwei Augen, in der Regel, zwei Armen und so weiter, ja, als Menschen, hat er uns mit einer Natur erschaffen. Und diese Natur ist, umso mehr du dich mit Allah beschäftigst, umso mehr bekommst du Ruhe und Glückseligkeit. Das ist genau wie wenn du Hunger hast. Du hast Hunger. Die Natur, die Allahs Freizeit erschaffen hat, der du dich ergeben hast und der du dich ergeben musst, wenn du Hunger hast, isst du. Es gibt keinen anderen Weg. Daran vorbei. Aber du hast Hunger und du isst. Du ernährst dich. Du, ja, du gibst deinem Körper die Nahrung, die der Körper braucht. Oder nicht? Genauso deine Seele. Deine Seele hungert und durstet. Und deine Seele hat auch eine bestimmte Nahrung. Diese Nahrung nennt man Vikrullah, die Erwähnung zu Allah. Das heißt, wenn du deine Seele hungrig lässt, Tage, Monate, Jahre, was passiert dann in der Regel? Was passiert mit einem Menschen, der über Monate nicht isst und nicht trinkt? Was passiert? Sagt es mir. Stirbt. Und die Seele, stirbt sie auch? Natürlich, wir haben es gehört. Der Prophet s.a.w. wie der Lebendige und der Tote. Was heißt lebendig und tot hier? Lebendig von seinem Herz und seiner Seele her. Tod von seinem Herz und seiner Seele. Und dieses lebendig sein und dieses Tod sein hat auch Stufen. Klar, wie der Iman Stufen hat und der Kuffer Stufen hat. Nicht jeder Mu'min, Gläubige ist gleich. Es gibt Stufen. Der eine ist ein starker Gläubiger, der eine ist ein schwacher Gläubiger. Genauso die Kuffar. Es gibt Stufen unter ihnen. Es gibt Kuffar, so einen richtigen starken Kuffer nach außen tragen, von innen nach außen tragen. Wie z.B. Feraum, der gesagt hat, der so einen Kuffer besetzt hat, also Kuffer heißt Unglaube, der so einen Unglauben besetzt hat, so einen Unglauben besitzt hat, dass er zu den Leuten gesagt hat, ich bin Allah. Aana Rabbukum Aala sagt er. Ich bin euer Höchster Herr. Es gibt keinen, der höher ist als ich, stärker ist es als ich. Ich bin Gott. Dann gibt es aber andere Kuffar, die nicht so einen starken Kuffer haben, wie z.B. Abu Talib. Abu Talib war ein Ungläubiger, aber er hatte nicht so einen Unglauben wie Feraum z.B. Deswegen, es gibt Stufen. Und du und ich müssen uns darum bemühen, dass wir die beste Stufe erlangen. Nicht einfach nur sagen, Alhamdulillah, 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 ich bin Muslim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, was ist noch von mir? Ja? Alhamdulillah, Bruder, was soll ich noch machen? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Muslimat. Ja? Und dann sagst du, Bruder, ist zu viel, ist zu schwer, ist so. Diese Einstellung müssen wir abschaffen. Dass wir sagen, Bruder, Alhamdulillah, oft ist es so, man sagt, der Bruder betet, oh, Masha'Allah, aber eigentlich ist das Gebet ein Muss. Das Gebet, wie soll ich sagen, das Gebet ohne Frage ist etwas Besonderes, ist eine der besten Taten bei Allah. Aber es sollte nicht besonders sein für uns, wenn wir sagen, der Bruder so und so betet. Es ist besonders, keine Frage. Ja? Nicht, dass ihr denkt, worüber redet der. Ja? So viele Leute beten nicht, die meisten Jugendlichen beten nicht. Wenn man jemanden erwähnt, der betet, dann ist das so, natürlich besonders. Ja, klar, aber darauf will ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eigentlich nicht besonders sein muss. Es ist etwas Normales, es ist der Standard, dass ein Muslim betet. Weil was bedeutet Muslim? Was bedeutet Muslim? Gott ergeben, oder? Okay. Muslim kommt vom Wort Islam, oder? Al-Islam. Was bedeutet Al-Islam? Hingabe zu Gott. Unterwerfung zu Gott. Ergebung zu Gott. Okay. Dieser Al-Islam, hat er Säulen? Richtig, oder? Er hat Säulen. Wie viele sind es? Fünf. Die erste Säule? Das Bekenntnis. Al-Shahada. Ashadu al-la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allah ist, oder? Ganz kurz. Ihr seht, die Brüder, Maschallah Allah, hier vorne, die machen gerade eine sehr schöne Sunnah. Und das ist die Sunnah von Rasulullah, das ist ein Gefährten. Die Gefährten des Propheten Muhammad Rasulullah, wenn eine Sitzung gewesen ist, haben sie einen Kreis gebildet. Das heißt, die Brüder, die an der Wand sitzen, keine Probleme haben, vom Rücken her, besser ist es, wenn wir so einen Kreis bilden. Die Brüder, die Brüder, kommt nach vorne. Seid nicht so weit von uns entfernt. Wir wollen eure Anwesenheit spüren. Alhamdulillah. Genau so. Das ist viel schöner. Auch für den Prediger ist das viel angenehmer. Okay. Die anderen sind entschuldigt. Ja, Fußball. Was der Fußball so anrichtet mit den Leuten. Einmal gespielt, und dann zack, Zerrung hier, da. Halas. Möge Allah, falls euch segnen, euch heilen. Halasam. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Säulen. Wie viele Säulen gibt es? Fünf Säulen. Okay. Die erste Säule? As-Shahada. Das Bezeugnis. Das heißt, dass man sagt, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angewählt zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. MashaAllah. Hier, die Jüngeren, das ist, ja, seid ihr hier von der Moschee? Ja. Alhamdulillah. Allahumma barik. Das sieht man sehr selten. Ich fahre zu irgendwelchen Moscheen, dann sehe ich manchmal nur Ältere. Und es ist immer sehr schön, wenn ich halt so Jüngere, die Youngsters unter uns sehe, die, Alhamdulillah, auf diesem Weg sind. Möge Allah, sie und uns alle festigen. Dann gibt es die zweite Säule. Die zweite Säule, direkt nach dem Bezeugnis. Welche Säule ist das? Das Gebet, As-Salah. Danach kommt As-Zakah, Umrah. Manchmal kommt die Zakah nach dem Gebet, manchmal kommt die Ramadan, Ramadan nach dem Gebet, nicht Umrah. Hajj kommt zuletzt. Und es gibt verschiedene Überlieferungen, wo der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, ja, eine, ja, verschiedene Aufteilungen nennt. Das heißt, er nennt Ramadan, manchmal vor, äh, Zakah, manchmal erwähnt er die Zakah vor dem Ramadan, aber, alle Überlieferungen, die es gibt, in allen Überlieferungen wird als erstes die Schahada genannt, und direkt danach das Gebet, As-Salah. Um zu zeigen, dass zum Muslim sein gehört, zu beten. Das gehört zum Muslim sein. Du sagst jemanden, du fragst jemanden, bist du Muslim? Ja. Ah, okay, wenn du Muslim bist, dann musst du die Schahada sagen, sagt er ja. Sagst du die Schahada, glaubst du daran, dass niemand das Recht hat, angebildet zu werden aus Allah? Ich sage, natürlich. Glaubst du daran, dass Mohammed der Gesandte Allah ist? Natürlich. Betest du? Nee, Bruder. Ja, das gehört zum Muslim sein. Also bist du kein Muslim? Ja, ich bin Muslim. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ja, aber warum betest du nicht? Versteht ihr? Deswegen, es gehört zum Muslim sein, einfach dazu, dass man betet. Deswegen, ist es auch die zweite Säule, nach dem Eintritt in den Islam. Weil Schahada ist was? Ist der Eintritt im Islam, oder? Wenn jemand konvertiert, haben wir hier konvertiert unter uns? Hände hoch. Wer ist hier alles konvertiert? MashaAllah. Nur einer? Sonst keiner konvertiert? Du bist nicht konvertiert? MashaAllah. Ja, ihr habt die Schahada gesagt, oder? Die Schahada ist der Eintritt in den Islam, oder? Dann ist man Muslim. Okay, was bleibt dann? Das Gebet. Die Hajj, die Umrah. Die Hajj, beziehungsweise die Ramadan. Warum will ich die ganze Umrah? Ich glaube, ich muss die Umrah aufnehmen. wieder. Das Gebet, direkt danach, dann, das gehört dazu. Deswegen, wenn ihr mit jemandem redet, der nicht betet, dann sagt ihm, guck mal, Bruder, Schwester, das Gebet gehört zum Muslim sein dazu. Genauso wie es zum Muslim sein, dazu gehört, dass man kein Schwein ist. Ja, heute die Jugendlichen, die machen alles, außer kein Schwein ist. Dann würde ich mal alles, aber Schwein, erse ich nicht, kein Schwein. Aber macht alles. Jeden Haram, den es gibt, wenn du so einen Duden hast, oder so ein Lexikon, oder irgendwas, so mit Haram, am besten mit dem Kabayi, von Imam al-Dhaabi, rahimahullah, außer Schirk und Kuf, und natürlich, Allah als erstes, dann siehst du, Namima, Al-Ghiba, Sadiqa, alle, die ganzen Seiten macht er. Aber Schwein, also, Bruder, Haram, er war nicht nicht. Ja, deswegen, das ist, okay, es gehört zum Muslimsein dazu, dass man kein Schwein ist. Okay, kein Problem. Aber es gehört auch zum Muslimsein dazu, dass man nicht lügt, dass man nicht betrügt, dass man, dass man nicht schlägt, dass man nicht ausflippt, dass man diese ganzen Sachen, dass man den Leuten keine Gewalt anzut, das gehört auch zum Muslimsein dazu. Echt, Namima, muhim, worauf ich hinausfinde ist, dass wir verstehen, was der Islam bedeutet, was Muslimsein bedeutet, welche Auswirkungen die Erwähnung Allahs auf unser Herz hat. Auf jeden Fall, wir kommen zum Thema. Das Thema ist ein Buch, was ich ausgewählt habe. Das Buch heißt, die Krankheit und die Heilung von einem Iban des Islam, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah. Die Krankheit und die Heilung, Adda'u al-Dawah. In diesem Buch erwähnt dieser große Gelehrte eigentlich im Grunde genommen die Sünden und wie man von diesen Sünden sich entfernt, wie man sich von den Sünden entfernt, wie man sich von den Sünden sozusagen schützt. Er sagt hier am Anfang, für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel. Für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel, weil er spricht über die Krankheiten und dessen Heilung. Er erwähnt hier ein Hadith, eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Allah hat keine Krankheit herabgesandt, ohne dass er für sie auch ein Heilmittel herabgesandt hat. Es gibt viele Krankheiten. Aufgepasst, nicht nur die Krankheiten des Körpers, sondern auch die Krankheiten der Seele und die Krankheiten des Herzens. Es gibt sehr viele Krankheiten. Die Sünden zum Beispiel sind Krankheiten. Die Unzucht ist eine Krankheit des Herzens. Neid ist eine Krankheit des Herzens. Groll ist eine Krankheit des Herzens. Die schlechte Vermutung ist eine Krankheit des Herzens. Das sind alles Krankheiten des Herzens. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat diese Krankheiten herabgesandt, aber für jede Krankheit hat er auch ein Heilmittel herabgesandt, gleichzeitig. Krankheit, Heilung. Gleichzeitig. Dann gibt es noch ein Hadith des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Der erste Hadith ist bei Bukhari beliefert, der zweite bei Muslim, den ich jetzt so erwähne. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel. Trifft das entsprechende Heilmittel der Krankheit auf die Krankheit, wird man gesund, so Allah es gestattet. In der Regel ist es so, Allah sallallahu alaihi wa sallam hat das auch als Naturgesetz bestimmt, dass wenn man das Heilmittel zur Krankheit nimmt, wird man geheilt. Aber aufgepasst, nur wenn Allah es gestattet, nur wenn Allah es will. Wenn Allah nicht will, dann wird man nicht geheilt. So gab es zum Beispiel eine Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, eine Gefährtin, sie kam zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam und sie war besessen von einem Jinn, von einem Dämon, wie man sagt auf Deutsch, ein Dämon. Und sie hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam um Heilung gebeten, um Rukya, um dieses Heilverfahren Rukya, dass man Koran liest und Dua macht und so weiter. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr gesagt, wenn du möchtest, kann ich das tun. Aber wenn du so bleibst, dann bekommst du das Paradies. Dann hat sie gesagt, okay, aber mache Dua für mich, dass ich, wenn ich diesen Anfall bekomme, von besessen sein, dass ich meine Kleidung nicht entreiße, weil sie hat in der Regel, wenn sie ihren Anfall bekommen hat, weil sie war besessen, hat sie ihre Kleidung zerrissen. Ja, eine Frau, klar, sie ist dann nackt vor den, steht dann nackt vor den Menschen, das wollte sie nicht. Und sie hat ihnen gesagt, mach Dua für mich, dass Allah sallallahu alaihi wa sallam von einer bestimmten Krankheit, dann prüft er dich. Dann prüft er dich. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, so Allah es gestattet, wenn Allah es will. Es gibt viele Krankheiten, eine der größten Krankheiten überhaupt ist die Unwissenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat die Unwissenheit als Krankheit bezeichnet. So gibt es ein Hadith von Jabir überliefert, er sagte, wir brachen zu einer Reise auf, wir sind auf einer Reise gewesen, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in seiner Zeit. Auf dem Weg wurde dann einer von uns von einem Stein getroffen, der seinen Kopf verwunderte. Später hatte er im Schlaf einen Samenerguss und fragte seine Gefährten mit den Worten, ist euch bekannt, ob es mir erlaubt ist, Tayyemnum zu vollziehen. Wa alaihi wa sallam wa sallam. Also bei uns im Islam ist es so, es gibt drei Arten der Waschung für die Reinheit. Ihr wisst ja, wenn man beten will, was muss man machen? Wudu. Im Allgemeinen muss man rein sein. Tahara nennt man das auf Arabisch. Tahara, diese Reinheit, gibt es in drei Formen. Al-Wudu, die Gebetswaschung, Al-Russel, die Ganzkörperwaschung und Al-Tayyemnum. Was ist Tayyemnum? Wer weiß, was das bedeutet? Ha? Jeder weiß, wie es funktioniert, ne? Aber was bedeutet es? Also wir haben die Gebetswaschung, die Ganzkörperwaschung und es endet auch mit Waschung, aber davor kommt etwas anderes. Die Ersatzwaschung. Ha! Die Ganzkörperwaschung, die Gebetswaschung, die Ganzkörperwaschung und die Ersatzwaschung. Erzähemnum. So wurde es übersetzt. Hier, wir haben im Islam eine Regel und zwar, wenn man Wudu die Gebetswaschung nicht vollziehen kann, die Ganzkörperwaschung nicht vollziehen kann, aufgrund von, dass man zum Beispiel kein Wasser hat oder wenn man krank ist, was kann man dann machen? Wie nennt man das, was man machen kann? Das habe ich gerade erwähnt. Zähemnum, Ersatzwaschung. Und das heißt, wenn man kein Wasser hat, zum Beispiel, gar kein Wasser oder zum Beispiel hat man eine Krankheit, dann kann man Zähemnum machen, das heißt, diese Ersatzwaschung. Wie funktioniert sie? Machen heute ein bisschen Praxis? Ja. Oh, zu kompliziert. Noch einfacher. Ha! Man ist draußen, auf der Straße. Ja. Man könnte es auch so mit der Erde machen. Okay, wie? Wie macht man das? Ha! Einmal so. Das war's. Das ist die, das ist Erzähemnum. Nicht wie manche, die machen dann Wodou. Die machen so, dann macht der so und so und so und vielleicht so oder Allah A'la wassama. Erzähemnum ganz einfach. Die Hände auf den Boden schlagen und dann über das Gesicht streichen und dann die Hände. Er ist das Gesicht und dann die Hände, so wie Allah es im Koran erwähnt hat. Dieser Sahabi hat sie gefragt. Er hatte einen Samenerguss gehabt, das heißt, ein Grund für die Reinheit, aber er hatte eine Wunde, das heißt, er war krank. Er hat sie gefragt, ist es für mich erlaubt, den Tejemnum zu vollziehen? Was ist die Antwort? Ja, oder? Ja, klar. Er kann Tejemnum machen, weil er ist krank, er kann nicht die Ganzkörperwaschung machen, weil sonst wird er noch mehr krank und so weiter und so fort. Sie sagten, wir können für dich keine Erlaubnis finden, da du dich des Wassers bedienen kannst. Wasser ist da, logisch, ne? Wie wir oft, ne? Wie Jugendliche. Oft, wir denken mit, ist doch logisch, Bruder, ist doch klar, der ist Kefir. Klar, Bruder. Ganz klar. Klar, sagt er. Subhanallah. Das ist Haram, Bruder. Ach, Bruder, was erzählst du mir? Klar. Ach, denk doch nur darüber mal nach. Kein Koran, kein Hadith, das Bruder, das ist doch klar, Bruder, ist Haram, Haram, Bruder. Halal, ach, Halal, Bruder, ist kein Problem. Ist kein Problem, Bruder. Shisha rauchen, kein Problem, Halal. Ist doch nur ein bisschen Luft, was du einatmest. Rauch, Bruder. Kein Problem. Riecht gut, schmeckt gut, ja? Gibt's mehrere Geschmacksarten. Kein Problem, Bruder. Der Bruder, der ist auch Muslim, der die Shisha-Bar besitzt, ist auch Muslim, Bruder. Al-Azum-Muslim, Alhamdulillah, manchmal lässt er ein bisschen den Koran laufen. Alhamdulillah, alles kein Problem, Halal, Bruder. Das ist alles kein Problem. Und so ist es oft bei uns, dass wir oft sagen, Halal, Haram, aufpassen. Diese Zunge, wie der Prophet jetzt was ihm gesagt hat, er hat gesagt, halt diese Zunge zurück, damit bekommst du das Paradies. Wallahi, oft machen wir diesen Fehler, in dem wir sagen, Halal, Haram, Kuffer, Bid'a, Sunnah, und weich, so und so. Wir haben keinen Plan. Hier die Sahaba, sie haben ohne Wissen geantwortet. Ja, sie haben gesagt, logisch, Wasser ist da, kein Problem, du kannst kein Zehomun machen, nee, du musst mit Wasser. Nein. Und so ist das bei uns, dass wir uns oft die Religion schwer machen. Die Religion ist leicht. Ad-Din Yusr, die Religion ist leicht. Aufgepasst, nicht Larifari, wie manche sagen, die Religion ist leicht, kein Hijab, Alkohol trinken, alles, Party, kein Problem. Die Religion ist leicht, MashaAllah. Nein. Die Religion, Al-Islam, hat seine Grenzen, hat seine Regeln, hat seine Gebote und seine Verbote. Aber diese Religion ist eine Religion, die niemals von einem Menschen etwas erwartet, was er nicht zu leisten vermag. Allah sagt im Koran, لا يكالف الله نفسا إلا وسعها Allah obliegt eine Seele nur das, was sie tragen kann. Die Gebote, die Verbote können wir alle tragen, wie ich das zuletzt gesagt habe. nur gibt es Situationen, wo wir diese Gebote nicht praktizieren können oder wo wir ein Verbot nicht, wo wir von uns von einem Verbot nicht fernhalten können aufgrund von Entschuldigungen, die man hat, zum Beispiel Krankheit, zum Beispiel diese ganzen Sachen, Notfall und so weiter. Al-Bohim, wir sollten vorsichtig sein, über die Religion ohne Wissen zu reden. Sonst landen wir auch irgendwann mal wie diese Islam-Experten, die im Fernseher über die Religion reden, ohne Wissen und sogar über die Religion lügen. Deswegen aufgepasst. Wenn du über den Islam reden willst, red, aber mit Wissen. Mit Wissen. Vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, Kopftuchverbot und so weiter, ne? Aufpassen. Willst du reden mit deinem Lehrer, mit deinem Direktor, mit deinen Schulkollegen, mit deinen Arbeitskollegen? Kein Problem. Aber sprich mit Wissen. Wenn du kein Wissen hast, dann schweig. Oder besser, wenn dich jemand fragt, oft die Nichtmuslimer, sie fragen uns. Wie ist das so? Wie ist das so? Wie ist das so? Sag nicht keine Ahnung. Keine Ahnung. Eigentlich ist es richtig, wenn du sagst keine Ahnung, aber das kommt nicht gut rüber. Weil wenn du sagst keine Ahnung, das bedeutet so, du hast keinen Plan. Du hast auch in dem Moment keinen Plan, aber du sagst ihm, ich habe jetzt kein Wissen darüber, aber ich frage bei unserem Imam nach. Besser oder nicht? Viel besser. Ich schlage nach. Ich gucke nach. Ich informiere mich darüber. Ich forsche darüber. Viel besser. Damit lässt du den Nichtmuslim beispielsweise, du lässt sein Interesse und und du behältst deine Autorität, deine Authentizität. Ja? Autorität nicht, aber Authentizität. Du behältst deine Authentizität. Das heißt, du wirkst immer noch authentisch und ehrlich und seriös. Aber wir sollten auf jeden Fall uns Wissen aneignen und nur mit Wissen sprechen. Sie haben ihm gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit für dich. Daraufhin vollzog er die rituelle Ganzkörperwaschung und was ist passiert? Wer weiß es? Was ist passiert? Er ist gestorben. Als wir zum Propheten Mohammed zurückkehrten, wurde er darüber in Kenntnis gesetzt und sprach, er sagte über sie, Sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Also es heißt, möge Allah sie bestrafen, möge Allah sie zur Rechtschaft ziehen. Hätten sie, sagt M, denn nicht gefragt, wenn sie kein Wissen haben? Innamma da da wa al-ay al-sual sagen, war nicht die Heilung für die Krankheit namens Unwissenheit ist das Fragen. Er sagt, innamma da wa al-ay 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 er sagt, die Heilung für die Unwissenheit ist das Fragen. Das heißt, die Unwissenheit ist eine Krankheit und es ist die größte Krankheit, die die Umma befallen hat. Die Umma hat Unwissenheit gegenüber ihrer Religion und vor allen Dingen Unwissenheit über ihre Geschichte. Wallahi, die Osmanen, das Osmanische Reich ist nicht weit von uns entfernt, also ist nicht lange her. Du fragst die Muslime, egal ob Zirko oder Araber, egal. Was weißt du über das Osmanische Reich? Was weißt du über die Muslime vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren? Er weiß nichts. Und da kommt der Nicht-Muslim, der Islam Hassan, der Rechtspopulist, ja, und sagt, die Muslime, die haben massakriert, die haben das gemacht, die haben das gemacht, und das und das und das. Und dann siehst du den Muslim, er kann nicht antworten. Warum? Weil er keine Ahnung hat über seine Religion. Und keine Ahnung hat über die Geschichte seiner Religion, über die Geschichte der Muslime. Es wird jetzt behauptet, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Europa. Das ist eine Lüge, geschichtlich gesehen. Und anhand der Realität, geschichtlich erst mal, es gab ein Land namens Al-Andalusien, oder? Wie lange waren die Muslime dort? 700 Jahre. 700 Jahre. 700 Jahre gab es den Islam in Europa. Oder gehört Spanien nicht zu Europa? Okay, danach kam das Osmanische Reich. Die Osmanen kamen bis nach Wien. Die Türken vor Wien. Kennt jeder. Das heißt, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, diese ganzen Länder, der Balkan, sowieso, ein großer Teil von Griechenland war überall Islam gewesen. Bis nach Polen. Wieso kann man heute so dreist sein und frech sein und sagen, der Islam gehört nicht zu unserer Kultur. Der Islam gehört nicht zu Europa. Aber wo liegt der Fehler? Bei ihnen? Nein. Bei uns. Weil wir keine Ahnung haben über unsere Geschichte. Wir sollten unsere Geschichte lesen, meine lieben Geschwister im Islam. Über Rasul die Geschichte der Muslime. Aber zumindest dass man so ein paar Epochen und ein paar Ereignisse im Kopf hat. Wie zum Beispiel dass man etwas weiß über Andalusien. Dass man weiß, die Muslime haben in Spanien und teils Portugal in Frieden im Allgemeinen in Frieden mit Juden und Christen zusammen gelebt. Und das kann nur durch den Islam gewährleistet werden. Durch keine andere Religion. Warum? Weil der Islam vom Urteil her, von der Scharia, wo wir heute Horror hören, denken wir an Horrorfilm. Freitag der 13. Horrorfilm. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Horrorfilm. Scharia Horror. Scharia ist ein ganz großer Begriff. Ein riesengroßer Begriff. In diesem Begriff ist das Gebet enthalten. Ist das Urteil natürlich auch enthalten. Das Urteil des islamischen Urteils. Da ist Soziales enthalten. Gesellschaft, die Regeln der Gesellschaft, die Regeln des Sozialen, die viele Sachen. Familienrecht, Erbrecht, Sozialrecht, Strafrecht, Alles ist dort enthalten. Und die Regel des Islam gegenüber den Nicht-Muslimen. Wie geht der Islam mit Nicht-Muslimen um? Alles dort enthalten. Beispiel hierfür ist der Prophet Islam und und sogar Al-Andalus. Sodass es Juden gibt, Rabbiner zur damaligen Zeit, die sagen, die Blütezeit der Juden oder die Blütezeit des jüdischen Wissens, die Blütezeit der Wissenschaft der Juden war die Zeit von Al-Andalus. Subhanallah. Damals im Osmanischen Reich haben alle dem Osmanischen Reich gesagt, wir sind Osmanen. Es gab nicht, ich bin Albaner, ich bin Türke, ich bin Grieche, gab es nicht. Wenn jemand in den Gebieten der Osmanen gelebt hat, hat er gesagt, ich bin Osmanen. Und bis heute gibt es die Türken und Griechen, die sagen, wir sind Osmanen, heute noch. Wenn du sie fragst, was bist du? Bist du Grieche? Er sagt dir nein. Was bist du? Er sagt, ich bin Osmanen. Oder nicht? Warum? Wegen der Geschichte. Weil sie alle unter dem Dach des Islam gelebt haben. In Frieden, in Harmonie, im Allgemeinen. Natürlich gibt es immer Fehler und Probleme, keine Frage. Aber im Allgemeinen haben sie zusammen gelebt. Aber dann, als die Kolonisation kam, ihr wisst ja, das ist ja auch Geschichte. Als die Kolonisation kam, gab es auf einmal Kriege. Bürgerkriege, Streit unter den Völkern. Bis heute. Das Problem Palästina und Israel. Ich will jetzt nicht in die Politik reingehen, aber von der Geschichte jetzt her. Dieses Problem ist entstanden nach der Kolonisation. Vorher im Zeit des Islam gab es dieses Problem nicht. Dort haben Juden gelebt, Christen gelebt, arabische Juden, arabische Christen mit den Muslimen zusammen ohne Problem und sogar mehrere Gruppen von Juden, weil die Juden sind nicht eine Gruppe, sondern es gibt mehrere Gruppen und Christen genauso. Ja, sie haben alle zusammen gelebt. Deswegen dass die Unwissenheit ist der Grund für unsere Schwäche. Warum? Ich sag's euch. Erst einmal wenn man unwissens ist in der Religion im Wissen über Allah, dann hat man in der Regel schwachen Iman. In der Regel. Und wenn man schwachen Iman hat, dann hat man Schwäche vom Körper her und vom Geist her. Und wenn man unwissend ist, dann ist man ein offenes Tor für den Schaitan, ein offenes Tor für die Sekten, die es ja auch gibt im Islam. Ja, es gibt Sekten, sehr viele Sekten. Wenn man unwissend ist, dann ist man ein offenes Tor für sie, für die Sekten Führer, die die Jugendlichen , ja, sag ich mal, kidnappen, ja, zu ihrer, Ideologie, ja, die kommen in die Moschee und gucken, ah, das Jugendliche ist und konvertiert, der hat angefangen zu beten, ah, zu denen gehe ich mal hin und zeige dir mal den wahren Menhetsch, ja, komm mein Herr, die hier, die du siehst, die ganzen Leute in der Moschee, die sind alles, die sind alle falsch, die sind alles Kofar, die sind alle der damit, damit dass er auf dem geraden Weg ist, dass er Paradies ist, dann bist du ein offenes Tor, sage ich mal, für die Attacken der Islamhasser und die gibt es, die hast du vielleicht auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, überall gibt es sie und sie werden immer mehr, so, wenn du kein Wissen hast über die Religion, kein Wissen hast über deine Geschichte, dann machen diese Leute dich fertig mit Argumenten, die eigentlich Peanuts sind, wie zum Beispiel dieser Hamid Abdes Salam, kennt ihr ihn? Dieser Ägypter, der so viel redet, der so ein großes Mundwerk hat, obwohl er gar keine Ahnung hat, über die Religion, ja, er kann gut reden, ja, kein Problem, aber er hat keinen Plan über die Religion, aber, weil wir so unwissend sind, ja, attackiert er uns und macht uns fertig, aber er macht uns nicht fertig, er macht nur diejenigen fertig, die kein Wissen haben, deswegen, das Wissen ist Licht, das Wissen ist Stärke, die Deutschen sagen, Wissen ist Macht und so ist das, auch im weltlichen Sinne, glaubt es mir und das ist Fakt, die kleinen Kinder unter uns, die Youngsters, ja, umso religiöser sie sind, umso besser sind sie in der Schule, in welcher Schule bist du? In der Grundschule, okay, welche Klasse? Vierte, in welcher Schule kommst du nach der vierten? In der Realschule, ha, seht ihr, du, in welcher Schule bist du? bei beiden, okay, Ziel, Abi zu machen? In Schamma, super, seht ihr, umso religiöser die Kinder sind, umso schlauer sind sie, nicht wie wir denken, manchmal, ja, wenn er religiös ist, dann ist er so Hinterwalt, Hinterwälder und so, nein, genauso die Muslime in der Zeit von Al-Andalus, in der Zeit von den Osmanen, um, sie waren religiös gewesen, sonst hätten die das alles nicht erreicht und diese Religiosität, weil das ist der Islam, der erste Vers, der auf den Propheten zu Osnallim herabgesandt wurde, ist was? Iqra, liess, im Namen deines Herrn, liess, liess den Koran, liess die Sunnah, liess über Chemie, liess über Physik, eignet dir Wissen, heißt es, Iqra, ja, ni ta'allam, al-ilm, lerne das Wissen, erstmal das islamische Wissen, weil das brauchst du, das ist das Pflichtwissen, dann die Wissensarten, die nicht Pflicht sind, im Islam vielleicht, und sogar die Wissensarten der Welt, Chemie, Physik, alles, was du willst, und umso religiöser du bist, umso wissender du in der Religion bist, umso mehr aufgepasst, öffnet dir Allah, subhanahu wa ta'ala, die Türen zum Wissen, zu jedem Wissen, auch das weltliche Wissen, deswegen strengt euch an, seid praktizierende Muslime, eignet euch Wissen an, und ihr werdet sehen, Allah, subhanahu wa ta'ala, wird euch den Weg erlöschen, er hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, dass die Unwissenheit eine Krankheit ist, es ist Schwäche, oft sagen wir, Bruder, ich bin unwissend, Bruder, ich habe kein Wissen in der Religion, und dann versucht man so ein bisschen, so die Sache zu entschuldigen, nein, achi, das ist keine Entschuldigung, Unwissen zu sein, ist eine Sache, die nicht schön ist, Al-Jahlu, sagen die Araber, Arun, oder nicht, die sagen, Unwissenheit ist etwas Beschämendes, Damals, in der Zeit der Osmanen davor, war es üblich, dass die Leute Arabisch konnten, dass die Leute, zumindest ein Gedicht auf Arabisch konnten, ein paar Verse konnten, ein Hadith, zwei Hadith kamen, dass sie etwas über den Islam reden, sprechen konnten, das heißt, sie hatten etwas vom Wissen, also der letzte von den letzten, ja, warum, weil für sie war Wissen, Licht, Wissen war für sie, eine etwas Ehrenhaftes, oh, der hat Wissen, genauso für uns, Unwissenheit ist etwas Beschämendes, Unwissenheit ist etwas Schlechtes, und deswegen hat der Prophet, das auch gesagt, dass die Unwissenheit eine Krankheit ist, und die Heilung dafür ist was, ist, das Wissen, in der Religion, Al-Hilm, welches Wissen, das ist auch eine gute Frage, oft lesen wir Bücher, und wir hören uns Vorträge an, stundenlang, aber wir beschäftigen uns in der Regel, und in der Wahrheit, mit Dingen, die Randthemen sind, es gibt fundamente Dinge, fundierte, fundierte Wissensbestände, also in der Religion, Dinge, die man auf jeden Fall wissen muss, und es gibt Dinge, die man nicht wissen muss, es ist gut, wenn man sie weiß, aber es ist kein Muss, das grundlegende Wissen, ist, das Wissen über drei Dinge, das Wissen über, Allah, das ist das wichtigste Wissen, dann das Wissen, über, Rasulullah, und dann das Wissen über den Islam, von der Grundlage an, das heißt, du musst wissen, wer Allah ist, heute die Jugendlichen, wenn wir jetzt nach draußen gehen, vor allem hier, die schöne Straße hier, ja, hier um die Ecke, da sind sehr viele Muslime, oder, sitzen draußen, genießen das Wetter jetzt, ja, kein Gebet, keines, möge Allah, sie und uns alle recht leiten, da fragst du sie, wer ist Allah, sagt er, Allah ist Allah, ja, aber wer ist Allah, beschreib mir Allah, sag mir, wer ist Allah, dann fragst du ihn, wer ist Muhammad, sallallahu alaihi sallam, wie ist sein Name richtig, Muhammad, der Sohn von wem, wie viele Kinder hatte er, wie lange hat er gelebt, wo hat er gelebt, ist er ausgewandert, wohin ist er ausgewandert, was war seine Botschaft, und, was bedeutet Islam, eben, da haben wir ja den Test gemacht, am Anfang, was bedeutet Islam, was bedeutet Muslim sein, weil das ist das grundlegende Wissen, wir reden oft jetzt als Prediger, als Imame, als Gelehrte auch, reden wir sehr oft über große Themen, vor den Leuten, aber vergessen diese grundlegenden Themen, vergessen oft, dass wir vor Leuten sitzen, die nicht mal wissen, was Islam bedeutet, übersetzt, lassen wir jetzt die sprachliche Bedeutung, auf Arabisch, die Scheria bedeutet, also die Bedeutung im Scheria und so weiter, lassen wir es, alleine du die Übersetzung, fragst deinen Bruder, was bedeutet Islam übersetzt, der weiß es nicht, Surat al-Fatihah, wir lesen doch Surat al-Fatihah, oder, wir müssen Surat al-Fatihah lesen können, wie kann es sein, dass wir fünf Jahre schon konvertiert sind, sechs Jahre konvertiert sind, sieben Jahre den Islam schon praktiziert, aber die Fertihah noch immer nicht korrekt rezitieren können, weil das ist das Wissen, womit du dich beschäftigen musst, als erstes, wenn du es hast, kein Problem, dann gehst du weiter, deswegen, die erste Sache ist Shehada, damit beschäftigt man sich, die Shehada, weil die Shehada, also dieses Glaubensbekenntnis, ist nicht einfach so, sondern es hat eine Bedeutung, du sagst, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, viele sagen, es gibt, was bedeutet La ilaha illallah, er sagt dir, es gibt keinen Gott außer Gott, habt ihr schon mal gehört, er sagt dir, es gibt keinen Gott außer Gott, das ist falsch, sprachlich gesehen erstmal, und auch vom Islam ist das falsch, La ilaha illallah, bedeutet, es gibt keinen Anbetungswürdigen, außer Allah, es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer Allah, das bedeutet La ilaha illallah, das heißt, La ilaha illallah besteht aus zwei Sachen, einmal La ilaha, dass du, alle Götter, alle Religionen, alle Anbetungen, als falsch bezeichnest, du sagst, es ist falsch, etwas anderes anzubeten, außer Allah, oder auf etwas anderes anzubeten, außer Allah, oder einer anderen Religion, außer dem Islam, anzugehören, ist falsch, illallah, da kommt eine Bestätigung, aber ich bestätige, dass Allah, der Anbetungswürdige ist, dass man Allah anbeten darf, dass Allah das Recht hat, angebetet zu werden, er hat es verdient, muhammadun rasulullah, wa ashadu anna muhammadun rasulullah, was bedeutet das, bedeutet, ich bezeuge, ich bezeuge darüber, dass muhammad, der Gesandte Allahs ist, der Botschafter von Allah, das heißt, ich bete Allah, auf keine Art und andere Art und Weise an, außer wie, so wie, der Prophet muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, es gezeigt hat, guck mal, die shahada, das ist die Bedeutung, dann gibt es Voraussetzungen der shahada, die shahada hat Voraussetzungen, du musst sie erfüllen, damit die shahada korrekt ist, das Gebet, das Fasten und so weiter, das heißt, das Grundwissen, wenn du das hast, dann gehst du weiter, dann sagt er weiter, jetzt haben wir sehr oft über dieses Thema geredet, wir wollten eigentlich schon mehr über das Buch jetzt reden, aber nur, muss man uns verzeihen, er sagt, der Koran ist auch ein Heilmittel, der Koran ist ein Heilmittel, warum? Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dass der Koran, er sagt, sagt zu Muhammad, er, der Koran, ist für diejenigen, die glauben, eine Rechtleitung und eine Heilung, eine Rechtleitung und eine Heilung, dieser Koran leitet sie recht auf ihrem Weg zu Allah, dieser Koran ist Licht für sie, dieser Koran erzieht sie, dieser Koran macht sie zu den besten Menschen, und dieser Koran ist Heilung für die Herzen, Heilung für die Seele und sogar Heilung für den Körper, und dazu kommen wir später, dann sagt Allah sallallahu alaihi wa sallam weiter, einem anderen Vers sagt er, und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmützigkeit ist, den Ungerechten aber, mehrt es nur den Verlust, die Ungerechten, die Kuffar, umso mehr sie den Koran lesen, umso schlimmer werden sie, warum? weil die Wahrheit für sie bitter ist, umso mehr sie, das ist genau wie der Mensch, wenn er, umso mehr er etwas Bitteres isst, zu sich nimmt, umso mehr bekommt er Ekel, umso mehr bekommt er Probleme damit, genauso die Feinde des Islam, dessen Herzen zu sind, für die Wahrheit, umso mehr sie den Koran lesen, umso mehr bekommen sie Hass für den Islam, umso mehr suchen sie die Verse, aus dem Kontext, und sagen, hier der Islam befiehlt zu töten, hier der Islam sagt dies, hier der Islam befiehlt, Gewalt auszuüben, und sie kommen immer mit den gleichen Argumenten, immer, Ibn Qayyim, wie Allah im vorangegangenen Vers sagt, ist der gesamte Koran eine Heilung, der gesamte Koran, eine Heilung für die Herzen, in Bezug auf Krankheiten wie Unwissenheit, Zweifel und Ungewissheit, heute leider, durch die Medien, durch diese Rechtspopulisten, durch diese Islamers, und die angeblichen Islam-Experten bekommen sehr viele Muslime Zweifel und denken, ist meine Religion wirklich so eine Religion? Ist meine Religion wirklich eine Religion des Terrors? Ist meine Religion wirklich eine Religion vom Blutvergissen und hier und da? Der Koran ist die Heilung dafür. Lies den Koran. Diese Verse, die von diesen Feinden des Islam erwähnt werden, lies mal die ganze Suche. Von Anfang bis Ende. Okay? Lies mal die ganze Seite. Okay, Suche ist ein bisschen zu viel. Okay, lies mal die Seite davor und die Seite danach und dann auch die Seite, wo diese Sache erwähnt wird. Und du wirst finden, dass diese Sache aus dem Kontext entrissen worden ist. Dass diese Sache eine Lüge ist. Ja? Und so ist das. Ja? Sie mischen die Lüge mit der Wahrheit. Ja? So wie Allah subhanAllah sagt, ja? Sagt er über die Ahle der Schrift. Sagt er über die Ahle, die Leute der Schrift. Sie bekleiden die Wahrheit mit Unwahrheit. Ja? Sie sagen, guck mal, das ist der Islam. Kopftuchzwang Islam, dieses Ehrenmord Kopftuchzwang Terror im Namen des Islam Islamistischer Anschlag sagen sie sagen nicht Anschlag, nein wenn ein Deutscher es macht wie jetzt vor kurzem habt ihr ja mitbekommen dann sagt man er ist psychisch krank aber sobald ein Muslim das macht egal was er ist, Drogendiener, Zuhälter, egal dann sagt man Islamistischer Anschlag was will man damit bezwecken man will den Leuten ins Unbewusstsein reden und sagen schaut mal das ist ein Anschlag der auf dem Islam beruht weil Islamistisch, Islam die Leute unterscheiden nicht mehr bleibt nur noch Islam dieses istisch bleibt nicht mehr, das geht weg bleibt nur noch Islam, das heißt ah das ist vom Islam und diese Zweifel die wir bekommen, diese Scheinargumente die Heilung dafür ist der Koran und vor allen Dingen indem du den Koran komplett liest also die Verse komplett liest genauso die Sekten die Khawarij, diese Leute und diese ja, diese Sekten auch wie Ahbarj und so weiter die kommen und sagen guck mal hier das ist die Wahrheit, das ist der Islam Allah sagt so im Koran Allah sagt so im Koran kein Problem, du sagst warte mal ich habe gehört im Vortrag der Koran ist eine Heilung für die Scheinargumente ok, was muss ich machen liest die Verse komplett liest die Suche komplett weil diese Leute von Insekten was machen sie, sie schneiden so wie die Islamassa sie schneiden hier und da Verse und sagen hier guck mal das ist der Islam das ist die Wahrheit du, was machst du was ist deine Aufgabe deine Aufgabe ist dass du den Koran nimmst und komplett liest nicht nur diesen Vers und in den Vers sondern dass du komplett liest und das ist damit gemeint Heilung dann sagt er weiter Allah der Gepriesene hat kein umfassenderes nützlicheres großartigeres und wirkungsvolleres wirkungsvolleres Heilmittel zur Beseitigung von Krankheit vom Himmel herabgesandt als den Koran es gibt kein besseres Heilmittel für die Krankheit als der Koran das beste Heilmittel für alle Krankheiten du hast Neid in deinem Herzen der Koran ist die Heilung dafür du hast Trauer in deinem Herzen der Koran ist die Heilung dafür wenn du traurig bist wütend bist höre Koran liest Koran du sagst mir jetzt ich kann kein Arabisch lesen dann hör den Koran auch wenn du kein Wort auf Arabisch kannst Wallahi der Koran hat eine Macht die unbeschreiblich ist ich weiß nicht ob ihr der ein oder andere ein sehr weit verbreitetes Video gesehen hat da waren Muslime ich glaube in England oder in Kanada oder in Amerika sie haben einen Test gemacht sind durch die Straßen gelaufen und haben per MP3 Player oder Handy mit Kopfhörer haben per Kopfhörer den Nichtmuslimen den Koran hören lassen wer hat das gesehen gibt es manche ja was war die Reaktion die Reaktion war dass die erstmal buff gewesen sind und teilweise gab es manche von ihnen die geweint haben und die gesagt haben was ist das ich weiß nicht was es ist aber ich spüre irgendwas das macht irgendwas mit mir ein Nichtmuslim wie ist es dann noch mit dem Muslim der an Allah glaubt wie ist es dann noch mit dem Muslim der an den Koran glaubt an jedem Buchstaben glaubt er an jedem Buchstaben glaubt er was ist mit diesem Muslim kann er noch traurig sein niemals kann er noch Sorgen haben niemals deswegen der Koran ist Heilung für alle Krankheiten für Sorgen für Traurigkeit aber die Frage ist seien wir mal ehrlich wann war das letzte Mal dass wir den Koran rezitiert haben wann war das letzte Mal dass wir im Auto anstatt die ganzen Rhyme B und R'n B und Hip Hop wann war das letzte Mal dass wir wirklich Koran in unserem Auto gehört haben sonst immer R'n B Hip Hop den neuesten Songs und so weiter warum weil wenn du im Auto bist und du Musik hörst dein Herz wird nur noch härter dein Herz entfernt sich nur noch mehr von Allah aber durch den Koran und deine Sorgen und deine der Kummer und deine Traurigkeit wird mehr aber durch den Koran beseitigt Allah die Traurigkeit und die Sorgen und den Kummer weil der Koran ein Heilmittel ist deswegen in Zeiten der Not in Zeiten der Traurigkeit in Zeiten der Krankheit liest den Koran hör dir nur den Koran an weil der Koran ist das beste Heilmittel was Allah überhaupt herabgesandt hat subhanahu wa ta'ala dann nochmal und damit schließe ich ab natürlich gibt es nochmal den Koran als Heilung für den Körper in Zeiten der Krankheit das heißt wenn der Körper krank ist wenn die Seele krank ist zum Beispiel wenn jemand besessen ist ist der Koran eine Heilung genauso wenn man krank ist Fieber hat Schmerzen hat ist der Koran eine Heilung hier gibt es eine Geschichte und zwar gab es eine eine Gruppe von Gefährten des Propheten Mohammed sie waren auf einer Reise und dann gab es Menschen eine Gruppe von Leuten sie haben die Gefährten darum gebeten dass sie für einen Oberhaupt von der Gruppe von diesem Stamm es war ein Stamm gewesen sie haben die Gefährten darum gebeten dass sie ihnen helfen sie haben ihnen gesagt das war ein Stamm und sie hatten einen Oberhaupt der wurde gestochen von einem von einem von einem Skorpion oder eine von einem Skorpion denke ich mal ja wie hier gestochen und sie haben gesagt wir haben alles ausprobiert ohne dass ihnen etwas geholfen hat und dann sagten sie zu ihnen hat einer was von euch dabei für die Heilung kann uns jemand von euch helfen einer von ihnen sprach ja bei Allah ich kann mit Rukia behandeln Rukia ist diese Behandlung mit dem Koran und dem Bittgebeten des Propheten Mohammed aber wir haben euch um Aufnahme gebeten also es ist eine längere Geschichte sie haben sie um Aufnahme gebeten sie haben ihnen das verneint und sie haben ihnen gesagt wir werden keine Rukia ausführen bis ihr uns etwas dafür gebt deswegen ist es erlaubt für denjenigen der Rukia macht dass er Geld nehmt oder irgendwas nehmt ja das ist erlaubt also einigten sie sich auf eine Herde Schafe daraufhin begab dieser Sahabi sich zum Oberhaupt pustete auf die Stelle wo er gestochen wurde ja hat es so gemacht also dieses Pusten ja Nef wie auf Arabisch und rezitierte Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki um den Surat Al-Fatiha plötzlich stand das Oberhaupt auf als hätte es sich von Fußfesseln befreit und fing an zu laufen ohne jegliches Anzeichen einer Krankheit Subhanallah nur Surat Al-Fatiha nur diese Suche die Alhamdulillah die meisten oder alle von euch auswendig können Alhamdulillah und dann kamen sie zu Rasulullah haben ihnen dies erwähnt und der Prophet hat ihn gefragt woher wusstest du dass sie für die Lokja geeignet ist ja da er hat sich gewundert der Prophet und dann sagte er ihr habt das richtige getan teilt den Lohn unter euch auf und lasst mir einen Anteil also das Heilmittel sagte Al-Fatiha zeigte sich solch eine Wirkung auf die Krankheit dass sie vollständig beseitigt wurde so als hätte es sie nie gegeben und dann sagt er selber der Koran ist das einfachste und leichteste Heilmittel wenn der Mensch mit der Fatiha zu behandeln wüsste würde er bei der Behandlung eine wundersame Wirkung erleben er sagt über sich selber als ich mich eine Zeit lang in Mekka aufhielt befiehlen mich Krankheiten ohne dass ich einen Arzt oder Medizin auffinden konnte so behandelte ich mich selbst mit der Fatiha und konnte in ihr eine wundersame Wirkung erkennen und schilderte dies viele von ihnen wurden schnell gesund subhanallah deswegen der Koran ist gewaltig es ist nicht einfach nur etwas was man einfach nur so liest sondern es ist gewaltig es ist ein Heilmittel für alle Krankheiten Barakallahu Fikum Wajazakum Wallahu Khairan Böge Allah Subhanahu Kallam uns alle segnen und bewahren Hada Wallahu Alam Subhanahu Kallam Buham Hamdik Ashadu an La Ilha El Ant As Afro Kutub Ulay los 寿 62 W Yun �부 V 불 W Zu W W W Is W W bez W W W W W W Do W 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